Ich freue mich unbändig, weil ich glaube, wenn man sich auf so ein Spiel nicht freuen würde, da bin ich ganz bei Kuhn, dann hat man hier nichts zu suchen. Also ich empfinde überhaupt keinen Druck, weder persönlich noch für die Mannschaft. Ich empfinde Vorfreude, ich empfinde, dass wir etwas erreichen können, dass wir eine große Chance haben. Und dass dazu im Fußball oder allgemein im Sport dann auch mal Situationen dazugehören, wo es dann darum geht, ob es klappt oder nicht. Und dass sich das auf einen Moment zuspitzt, ja, das ist ja im Grunde das, warum wir das alle so lieben. Wird dann im Laufe des morgigen Tages für alle auch eine gewisse Anspannung dazukommen, aber das ist ja ganz normal. Die brauchst du auch, um ein Spiel spielen zu können und dementsprechend viel Freude und Hoffnung auf einen großen Schritt, den wir morgen gehen können. Eine wirklich historische Chance. Meine Rolle als Kapitän, glaube ich, es ist wichtig, dass wir jetzt als Mannschaft zusammenhalten, dass wir als Mannschaft in einer Zeit, wo die letzten Ergebnisse nicht gestimmt haben, dass wir voll fokussiert sein auf dem Spiel, enger zusammenrücken und dass wir wieder ein Stück weit auch unsere Energie und Intensität mehr auf den Platz bringen wollen. Ich glaube, die Mannschaft ist bereit dafür. Und ja, das haben wir natürlich auch die letzten Tage untereinander besprochen. Nicht nur ich, sondern viele Spieler untereinander. Und ja, ich glaube, das wollen wir dann morgen auch zeigen.